Hallo ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Zander-Spiele und heute stelle ich euch Restaurante vor, ein Party- und Familienspiel für zwei bis fünf Spiele ab sieben Jahren. Das Spiel ist modular aufgebaut, das heißt es gibt drei verschiedene komplett unabhängige Module, die ihr hier spielen könnt, die auch eigentlich meiner Wahrnehmung zufolge unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollen. Ich werde euch die der Reihe nach vorstellen und im Anschluss werde ich euch in meinem Fazit sagen, wie es mir gefallen hat. Bleibt dran! Wir schauen uns an der Stelle zuerst mal Modul 1 an von der Restaurante. Ihr seht, dafür brauchen wir sehr wenig Spielmaterialien. Zum einen braucht ihr genauso viel von diesen wirklich interessant aussehenden Kunststoff-Gummi-Plastik-Burgern, wie Spieler teilnehmen, also in einem Drei-Spieler-Spiel sind es genau drei. Dann brauchen wir hier diese Penalty-Karten. Diese Penalty-Karten sind Minus-Siegpunkte am Ende des Spiels und dann brauchen wir die vier verschiedenen Essenskarten, also die Taco-Karten, die Burger-Karten, die Hot-Dog-Karten und die Pizza-Karten. So, die müssen jetzt wirklich gut gemischt werden. Und wenn wir das gemacht haben, dann bekommt jeder Spieler genau drei von den Karten und in der Mitte des Tisches gibt es dann auch noch einen Nachziehstapel. Wir werden dann gleich einen Dealer bestimmen. Das werde ich jetzt einfach mal sein. So, die Karten habe ich jetzt hoffentlich genügend gemischt. So, ich gebe jetzt meinem Spieler zur Linken eine, dann ihm, dann mir. Jeder Spieler hat jetzt drei Karten. Das ist der Nachziehstapel, der liegt hier. Und jetzt ist es so, jeder Spieler guckt sich jetzt diese Karten an und ihr seht, ich habe zwei grüne und eine rosa Karte, also zwei Pizzen und einen Hot-Dog. Und mein Ziel ist es, ein Set bestehend aus nur gleichfarbigen Karten zu bekommen. Ich ziehe jetzt als Dealer immer eine Karte und habe tatsächlich Glück, denn ich habe drei grüne Karten. Jetzt gebe ich diese Karte verdeckt an meinen links neben mir sitzenden Spieler weiter und lege die Karten offen aus. Ich habe also ein grünes Set. Für dieses darf ich mir einen Burger nehmen. Jetzt ziehe ich drei Karten sofort auf und das Spiel geht weiter. Das ist jetzt übrigens ein riesen Glücksgriff. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich gut gemischt habe. So, das Spiel geht jetzt mit meinem Spieler links neben mir sitzend weiter. Der guckt sich seine Karten ebenfalls an und das habe ich wirklich selten gesehen. Auch der hat schon ein Set. Er gibt diese grüne Karte, die er nicht braucht, weiter, offenbart sein Set und nimmt sich einen Burger. Jetzt zieht er eins, zwei, drei Karten auf, legt sie hier hin und dann guckt sich der dritte Spieler die Karten an. Der hat leider etwas weniger Glück. Zwei grüne und eine rosa Karte. Jetzt nimmt er eine Karte, die gibt er dem Dealer. Der legt sie auf einen Ablagestapel und ist fertig an der Stelle. Jetzt geht das Ganze so lange weiter und ich zeige euch das auch mal ganz kurz, bis jemand ein zweites Set hat. So, und in meinem Fall habe ich ja schon eins. Ich muss natürlich trotzdem als Dealer eine Karte ziehen. Die Karte bringt mir nichts. Das heißt, die Karte gebe ich weiter. Und Achtung, was jetzt passiert. Ich lege dieses Set aus und jetzt habe ich drei Sekunden Zeit, diesen Burger zu nehmen. Und ja, ihr glaubt es kaum, diesen Burger auf einen meiner Mitspieler zu schmeißen. Dabei gibt es zwei Regeln, die ihr beachten müsst. Und zwar ist die erste Regel, zu Beginn des Spiels musste jeder eine Position einnehmen. Das bedeutet, das Spiel werdet ihr auch in der Regel im Stehen spielen. Das kann ich euch jetzt gar nicht so richtig gut zeigen. Und dabei müsst ihr ein Bein, das ihr bestimmt habt, wirklich stehen lassen. Wenn ihr dieses Bein bewegt, dann gibt es einen Minuspunkt, dann würdet ihr so eine Penalty-Karte bekommen. So, die zweite Regel ist, dass ihr genau drei Sekunden Zeit habt, diesen Burger. Jetzt hoffentlich auf einen der beiden Spieler zu schmeißen. Und so ihr denn den Spieler trefft, bekommt der getroffene Spieler eine Penalty-Karte. Wenn ihr ihn verfehlt, dann bekommt ihr selbst die Penalty-Karte. Der Burger geht dann zurück. Dann ziehe ich drei Karten auf. Das kennt ihr ja schon von vorher. Und dann wäre der links neben mir sitzende Spieler an der Reihe, der übrigens auch wieder ein Set hat. Der würde dieses Set jetzt auslegen, würde die Karte weitergeben. Und ihr habt es ja eben gesehen, diesen Burger würde er auf einen seiner Mitspieler werfen. Im Prinzip, glaube ich, habt ihr das an der Stelle verstanden. Und ich möchte euch ja noch die zwei anderen Module zeigen. Das heißt, ich sage euch jetzt mal, wie das Spiel weiterläuft. Ihr werdet diesen Stapel runterspielen, bis der Stapel leer ist. Wenn es einen Discard-Pile gibt und den wird es geben, dann wird der, sobald der Nachziehstapel ist, wird der einfach zum neuen Discard-Pile. Und es wird so lange gespielt, bis die Karten leer sind. Also bis die wirklich alle in der Auslage liegen. Bei 15, das sind ja 15 Karten pro Farbe, wird das passieren. Dann zählen wir alle Sets zusammen. Jedes Set, bestehend aus drei Karten, gibt einen Siegpunkt. Die Penalties werden davon abgezogen und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt das Food-Duell. Cook & Sell, so heißt das zweite Modul. Und ihr seht, hier verwenden wir definitiv einige Materialien mehr. Was ihr schon kennt, sind diese Start-Food-Karten. Da bekommt jeder Spieler von jeder Farbe genau drei. Drei von den vier Farben. Dann wird dieser Stapel sehr, sehr gut gemischt. Wir haben es hier mit einem Deck-Building-Mechanismus zu tun. Und das ist eben unser Starter-Deck. Ich werde gleich mein Deck sozusagen als Vorführ-Deck benutzen. Und die anderen als Dummy-Decks. Ich werde die also überwiegend verdeckter liegen lassen. Aber häufiger muss ich euch das zeigen. Das ist die Wertungskarte. Ihr seht, wir spielen wieder zu dritt. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Hier sind die verschiedenen Geldscheine. Ziel des Spiels zu dritt ist es, als erste 31 Dollar zu haben. Das hier sind die sogenannten erweiterten oder Advanced-Food-Karten. Ihr seht, die haben auch die vier Farben. Sind aber zwei Geld wert. Sind also doppelt so wertvoll wie die Start-Food-Karten. Dann haben wir oben rechts noch einmal Bratpfannen liegen. Einmal eine Bratpfanne für 5 und eine Bratpfanne für 10 Dollar. Die erlauben uns in der Kochen- oder in der Nachziehphase mehr Karten zu ziehen. Und das sind die sehr interessanten Aktionskarten, mit denen ich meine Gegner aufhalten oder mich boosten kann. Ich werde euch das gleich alles während des Spielzugs zeigen. Am besten sehen wir es, wenn wir einfach uns mal eine Spielrunde anschauen. Das Spiel geht los, indem wir einen Startspieler bestimmen. Und der bekommt einen von den euch eben bekannten Burgern. Jeder bekommt jetzt zu Spielbeginn 5 Karten. So startet jeder. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir die Nachzugstapel auseinanderhalten. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das so vorzuführen. Und dann kann das Spiel eigentlich schon beginnen. Und zwar mit der Kochen-Phase. Kochen-Phase ist eben nichts anderes als Nachziehen. Und da ziehen wir standardmäßig zwei Karten. Ich zeige euch jetzt mal, wie eine solche Hand aussieht. Sieben Karten sind übrigens das Maximum, was wir haben können. Ich empfehle euch, die Kartenhand so ein bisschen nach Farben zu sortieren. Und jetzt müsst ihr oder dürft ihr in der sogenannten Marktphase so viele Karten in die rechte Hand nehmen, wie ihr wollt. Aber ihr müsst beachten, dass es höchstens zwei Farben sein dürfen. Ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, die Karte halte ich verdeckt auf meiner Hand. Und die nehme ich in die rechte Hand. Und damit signalisiere ich, dass ich bereit bin für die Marktphase. Ich lege die jetzt mal ja hin, weil ich natürlich mir mal die anderen Hände angucken muss. Also es könnte jetzt zum Beispiel der zweite Spieler kommen. Und der könnte zum Beispiel sagen, dass er drei rosa Karten und drei grüne Karten in die rechte Hand nimmt. Rechte Hand, damit signalisiert. Und der Spieler zu meiner rechten. Ihr seht es wunderbar. Der hat auch andere Karten auf der Hand. Und der würde jetzt zum Beispiel diese zum Markt bringen. Alle Spieler drehen dann gleichzeitig rum. So, und jetzt wird gleich verglichen. Es gibt jetzt normalerweise noch eine Aktionsphase. Die wird in der ersten Runde übersprungen, weil noch keine Aktionskarten gekauft hat. Und dann kommt der Payout. Für den Payout müssen wir uns das angucken. Und das, was wir jetzt machen ist, wir schauen, ob es eine Kartenfarbe gibt, die von allen drei Spielern gespielt wurde. Das ist nicht der Fall, wie ihr hier seht. Also fangen wir mal bei mir an. Ihr seht, dass es zwei Spieler gibt, die die grünen Karten gespielt haben. Und das bedeutet, dass alle grünen Karten ein Geld wert sind. Diese drei Karten sind also drei Dollar wert. Merkt euch das mal. Drei Dollar. Glücklicherweise bin ich mit meinen Burgern der Einzige, der dunkelblaue Karten gespielt hat. Das heißt, jede dieser Karten ist zwei Dollar wert. Zweimal drei sind sechs. Plus drei sind neun. So, die kann ich mir mal hier hinlegen. Und jetzt bekomme ich neun Geld. Neun Geld. Das mache ich jetzt mal direkt. Und lege mir das Ganze hier hin. Wir gehen jetzt einfach mal reihum an der Stelle. Ihr seht, der Spieler zu meiner Linken bekommt ebenfalls drei Geld für die grün gespielten Karten. Und er bekommt nochmal drei Geld, weil die rosa Karten auch von einem Spieler gespielt worden sind. Das sind in Summe dann sechs Geld. Und dieser Spieler bekommt für die rosa Karten, weil die ja von zweien gespielt wurden, zwei Geld. Und für die hellblauen Tacos, die er alleine gespielt hat, bekommt er jeweils zwei. Also zwei mal drei sind sechs plus zwei sind acht Geld. Ihr seht, hier wird ordentlich gerechnet. Und jetzt werden die Karten jeweils auf einen eigenen Ablagestapel gelegt. Da müsst ihr jetzt wirklich vorsichtig sein, dass die Karten wirklich auf eurem eigenen Ablagestapel landen. Und jetzt kommt die Aufwertungsphase. Das heißt, jetzt dürft ihr in Spielerreihenfolge Aufwertungen kaufen. Das möchte ich euch auch exemplarisch zeigen. Ich würde mir jetzt zum Beispiel mal hier so eine Bratpfanne kaufen, würde die mir hier hinlegen. Dieser Spieler würde sich... Ach, ich bin noch nicht fertig. Komm, ich gebe ja noch so mal die weiteren Geldstücke hier aus. Ich habe ja nochmal vier. Dafür könnte ich mir zwei von diesen Advanced Karten kaufen. Die kommen sofort auf meinen Nachzugstapel. Dieser Spieler macht das ähnlich. Der kauft sich ebenfalls eine Bratpfanne für fünf. Und für eins kauft er sich so eine Aktionskarte, die er auf seine Hand nimmt. Dieser Spieler, der ist jetzt ein bisschen defensiver. Der kauft zum Beispiel für zwei eine solche Karte. Und für eins kauft er eine Aktionskarte. Und das war auch schon eine Spielrunde. Jetzt geht der Startspieler Burger weiter. Und es kommt zur Kochenphase. Die zeige ich euch jetzt nochmal, die zweite Runde. Weil da ist einfach eine ganze Menge zu sehen. Jeder Spieler zieht jetzt in dieser Kochenphase, wie auch immer die Karte hier hinkommt, genauso viele Karten, wie es ihm erlaubt ist. Das heißt, ich ziehe drei Karten. Denn zwei sind ja standardmäßig plus eine für meine Bratpfanne. Das gleiche macht der links neben mir sitzende Spieler. Zwei standardmäßig und eine für die Bratpfanne. Und der hat sich ja keine Bratpfanne gekauft. Der wollte ja sparen. Und deshalb, wieso ziehe ich von da, zieht er nur zwei Karten. Jeder von uns guckt jetzt die Karten an. Und überlegt sich, welche Karten bringt er auf den Markt. So, die da machen vielleicht Sinn. Und tatsächlich, ja, jetzt könnte ich mal pokern, dass ich hier vielleicht noch mehr bekomme. Und ich bringe wirklich nur eine Farbe auf den Markt. Kann auch riskant sein. Gucken wir uns jetzt mal die Hand von meinem links neben mir sitzenden Spieler an. Ja, der entscheidet sich dafür, die rechte Hand, die zwei zu nehmen. Und der letzte Spieler, der hat drei verschiedene Farben. Der macht es jetzt mal so und bringt die auf den Markt. Und die Karten werden alle zeitgleich rumgedreht. Zeitgleich werden sie rumgedreht. Und dann kommt die Aktionsphase. Vergesst es nicht. Die hatten wir in der ersten Runde nicht. Und jetzt darf der Startspieler anfangen, eine Aktionskarte zu spielen. Und schaut mal, was er für eine Aktionskarte hat. Er hat hier eine Joker-Karte, mit der ich ein beliebiges Essen um Plus 1 oder Minus 1 modifizieren darf. Tja, da könnte er jetzt zum Beispiel sagen, wow, guck mal hier, der Spieler, ich, also Marcel, der profitiert ja davon, dass er zwei rosa Karten alleine spielt. Und das wäre ja in Summe vier wert. Ja, so sagt er, ich spiele die Karte jetzt einfach mal auf die rosa Karten aus. Dann ist er fertig und der Spieler kommt an die Reihe. Der hat hier Tacos. Und ach, der will aber auch jemanden ärgern. Das ist ein super Zufall, dass wir das haben. Er spielt die Minus 2 auf die Taco-Karte aus, weil er weiß, dass diese Karte gleich 2 wert ist. Jetzt wäre ich an der Reihe. Ich habe keine Aktionskarten, kann nichts machen. Jetzt käme wieder er an der Reihe. Und ihr seht, keiner hat mehr Aktionskarten. Das heißt, wir kommen zur Payout-Phase. Und jetzt wird eben gerechnet. Fangen wir einfach mal wieder wie eben, dass wir nicht durcheinander kommen, mit mir an. Ihr seht, ich bin der einzige Spieler, der die Hot-Docs gespielt hat. Das heißt, eigentlich ist jeder Hot-Doc 2 Geld wert. Aber in dem Fall hat ja der eine Spieler mir diese böse Aktionskarte aufgespielt. Und das heißt, jeder Hot-Doc ist nur 1 wert. Also in dem Fall bekomme ich nur 2 Geld. Ich glaube, ihr habt einen kleinen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Die Aktionskarte wird abgeschmissen und ist aus dem Spiel. So, jetzt gucken wir hier nach diesem Spieler. Der hat alleine den Taco gespielt. Ja, also die Karte wäre 2 Geld wert. Aber der rechts neben mir sitzende Spieler hat sie wertlos gemacht. Die ist 0 wert in dem Fall. Also richtig, richtig übel. Die Burger wurden von 2 Spielern gespielt. Also ist jeder Burger 1 wert und der Spieler bekommt damit 3 Dollar. So, dieser Spieler hat eben, oh, das ist auch sehr schön, dass wir das hier an der Stelle sehen, hat einen Burger gespielt, einen Advanced Burger und den normalen. Jeder ist einfach wert. Also 2 plus 1 sind 3. 3 merken wir uns. Und die Pizza hat er alleine gespielt. Die ist 2 wert. Also bekommt er dafür einen 5er. Alle Karten kommen jetzt auf den Ablagestapel. Und wie ihr das vorher auch schon gesehen habt, hat jetzt jeder nochmal in Spielereienfolge die Möglichkeit, Aufwertungen, also die Küche aufzuwerten. Ihr seht, das war eben eine ziemlich gute Idee. Er könnte ja jetzt vielleicht mal seine Bratpfanne kaufen. Das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, wenn man mehr Karten hat. Und ich könnte für 2 auch einfach mal eine Karte, eine doppelte Karte kaufen. Den Grundgedanken des Spiels habt ihr jetzt, glaube ich, an der Stelle schon verstanden. Es wird so lange gespielt, bis der erste Spieler 31 hat. Und der hat dann das Spiel gewonnen. Wir sind bei Modul 3, dem sogenannten Think and Write. Und ihr seht, hier hat es sehr, sehr wenig Materialien. Den Burger erkennt ihr wieder. Das Wertungssheet erkennt ihr wieder. Aber es gibt gar keine Karten mehr. Jeder von euch hat hier so einen Übersichtsbogen mit 10 Zeilen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und in den Spalten seht ihr abgetragen die 4 Lebensmittel. Die kennt ihr von den Karten eben. Also den Burger, den Hotdog, die Pizza und den Taco. Das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Jeder von euch hat die Möglichkeit, pro Spielrunde, es wird 10 Spielrunden gespielt, eine Spielrunde für jede Zeile, darf er bis zu 2 Kreuze bei den Lebensmitteln machen. Das entspricht im Prinzip den Karten, die wir eben gespielt haben. Er darf auch 0 oder 1 Lebensmittel ankreuzen. Und dann schauen wir gleich wieder auf diese Wertungskarte. Hier drüben gibt es noch die Möglichkeit zu boosten, was im Prinzip den Aktionskarten entspricht. Ich zeige euch jetzt mal 2 oder 3 Runden. Und mache das Ganze jetzt mal so, indem ich jetzt mal mutig bin und sage, ich kreuze gleich einen Burger an. Und ich drehe die jetzt mal. Er überlegt sich, ich bin auch mutig. Ich mache mal hier die goldene Mitte. Und er kreuzt gar nichts an. So, jetzt drehen die Leute auf oder nehmen ihre Hand weg, weil das wird verdeckt gemacht. Das ist ja ganz wichtig. Und jetzt wird an der Stelle für jede Spalte verglichen, wie viele Spieler haben das angekreuzt. Ihr seht, ich bin der Einzige, der einen Burger angekreuzt hat. Das heißt, der Burger wäre in dem Fall 2 wert. Der Hotdog ist ebenfalls 2 wert. Die Pizza ist 2 wert. Und naja, der hat halt gar nichts angekreuzt. Jetzt hat jeder Spieler in Spielereihenfolge die Möglichkeit, einen Boost zu machen. Ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Ich würde das in dem Fall ankreuzen. Und dann kommt er und er sagt, nein, nein, ich spare mir die Boost, weil man darf jeden nur einmal ankreuzen. Und der Spieler will mich ärgern und macht den Burger sogar weniger wert. Ich könnte jetzt noch was machen, indem ich vielleicht den Burger wieder etwas besser mache über so einen Joker. Oder ich akzeptiere es einfach. Der Burger war ja eben 2 wert, weil ich der Einzige war, der es gemacht hat. So, 2 plus 2 sind 4. 4 minus 2 sind 2. Das heißt, ich darf mir 2 aufschreiben für meinen Burger. Ich kann mir schon mal in die zweite kleine Zahl eine 0 schreiben, weil ich nichts Zweites angekreuzt habe. So, er hat ja gar nichts geboostet. Nachträglich boosten darf man auch nicht mehr. Das heißt, als der, der als Einziger einen Hotdog angekreuzt hat, schreibt er sich hier eine 2 hin und eine Pizza, eine 2 hin und der darf sich zweimal eine 0 aufschreiben. Jeder summiert jetzt am Ende einer Spielrunde. Das heißt, ich habe 2 Punkte, er hat 4 Punkte, er hat 0 Punkte, da ist mir ein Stapel Karten noch runtergefallen und dann geht es auch schon in die nächste Spielrunde. Der Startspieler-Burger wandert weiter. Jeder von euch packt jetzt hier seine Hand hin und macht 2 Kreuze. Und jetzt wird es schon ein bisschen taktischer, denn jetzt wissen wir ja, was letzte Runde passiert ist. Jetzt könnten wir zum Beispiel die Kreuze so setzen. Also nochmal, ich mache das ja jetzt auch bei den Dummy-Spielern und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das einfach wisst. Jetzt wird aufgedeckt an der Stelle und jetzt wird wieder verglichen und zwar spaltenweise. Gucken wir uns das Ganze an. Wir sehen, in dieser Runde 2 hat einer den Burger angekreuzt, der hat einen Burger angekreuzt und ich habe nichts angekreuzt. Jetzt ist aber wichtig, dass diese Burger eine gewisse Wertigkeit haben. Ihr seht es, da zwei Leute den Burger angekreuzt haben, ist der Burger 1 wert. Aber der Burger ist mehr wert, da es immer vom letzten Kreuz bis zum gegenwärtigen Kreuz gerechnet wird. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber gar nicht so schwer. Wir zählen diese Zeile mit, 1 plus 2, weil da oben, er hat den Burger sozusagen länger gebrutzelt. 1 plus 2 sind in dem Fall 2 wert. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir hier nichts ankreuzen. Also er kreuzt nichts an, ihr dürft ja immer noch boosten. Er sagt, ich kreuze auch nichts an, lohnt sich an der Stelle nicht. Und ja, ich könnte natürlich sagen, ich will den Burger mal schlechter machen, weniger Wert machen, schenke ich mir aber an der Stelle einfach mal. Und dann hätte er 1,2 und einfach, das heißt, sein Burger wäre 2 wert. So, jetzt gehen wir hier durch. Das Gleiche gilt auch für ihn. Er hat ja auch einen Burger angeboten und dann gucken wir uns den Hotdog an. Er hat keinen Hotdog angeboten. Er hat einen Hotdog angeboten. Ich habe einen Hotdog angeboten. Das heißt, der ist wieder einfach wert. 1 plus 1 sind 2. Bei einfacher Wertigkeit sind das hier 2 und er bekommt auch eine 2. Wir gucken uns die Pizza an. Die Pizza wurde nur von mir gespielt und das ist jetzt interessant. Wenn ich als einziger die Pizza angekreuzt habe, dann ist die 2 wert und 2 plus 2, 1 und 2 sind 4. Das heißt, mein zweites Lebensmittel wäre 4 wert und keiner hat den Taco angekreuzt. Das heißt, es wird summiert. Ach so, doch, der hat einen Taco angekreuzt und da gilt das Gleiche wie für mich mit der Pizza. 1 plus 2 und das als 2 wertig. 2 mal 2 sind 4. So, das heißt, jetzt wird summiert. 4 plus 6. Er hat 10. Der Spieler hat 0 plus 4 sind 4 und ich habe 2 plus 6 sind 8. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt den Dreh raus an der Stelle. Der Startspieler wandert weiter und am Ende wird das Ganze dann durch ein geschicktes Taktieren entschieden. Wann biete ich ein Gut an? Wie lange warte ich darauf? Sammle also die freien Spalten und wann booste ich? Wir sehen uns jetzt an der Stelle nochmal im Fazit wieder und dann sage ich euch, wie es mir gefallen hat. Das war mein Preview zu Restaurante. Ich habe euch alle drei Module vorgestellt und jetzt möchtet ihr wissen, wie es mir gefallen hat. Das sind drei ganz unterschiedliche Module. Ich fange mit dem ersten an und das erste Modul ist auf jeden Fall das Party-Modul. So nehme ich das Ganze wahr. Ihr erinnert euch, wir müssen ein Set aus drei gleichen Karten haben und dann bekommen wir so einen Burger. Und wenn wir ein zweites Set auslegen, dann nehmen wir den Burger, müssen auf einem fixen Bein stehen bleiben und dürfen uns entgegenüber abwerfen. Das macht von daher Sinn, weil der Getroffene dann eine Penalty-Karte bekommt. Wenn ich nicht treffe, bekomme ich die. Und dann muss ich an der Stelle sagen, das ist nichts für mich. Das ist mir irgendwie zu albern, wobei ich glaube, dass dieser Modus auch albern sein will. Es ist auf jeden Fall ein Partyspiel oder einer, der sich an Familien beziehungsweise Kinder richtet. Und mein Ältester, mein Neunjähriger, der hat auch richtig Spaß daran. Der nimmt das richtig ernst. Der lacht sich wirklich weg. Und auch dem Siebenjährigen gefällt das gut. Für mich ist dieses Modul nichts. Da bin ich auch nicht die Zielgruppe dafür. Das zweite Cook & Sell heißt das. Das gefällt mir deutlich besser, denn da haben wir es ja, oder da ist ja das Ziel, dass wir eben Geld erwirtschaften. Und das versuchen wir über einen kleinen Deck-Construction-Mechanismus. Wir versuchen ja, die Advanced Cooking-Cards da reinzubringen. Außerdem gibt es noch mal Aktionskarten. Dann kann ich auch mein Kartenszenen beschleunigen. Und wir können, also das ist auch ein interaktives Set-Collection-Modell. Also das ist für mich immer noch ein Familienspiel. Das bleibt es auf jeden Fall. Das ist dann kein Partyspiel mehr. Aber das hat mir schon richtig gut gefallen. Und der Burger, der taucht hier dann wirklich auch nur als First-Player-Marker auf. Also der zweite Modus ist für mich auf jeden Fall der, der mir am besten gefallen hat. Der dritte, das ist das Think and Write. Auch der hat mir einiger, ja, der hat mir gut gefallen. Denn wir haben hier unser Sheet. Im Prinzip ist das ganz ähnlich aufgebaut wie der zweite Teil. Denn auch hier versuchen wir nach Möglichkeit der Einzige zu sein, der ein Lebensmittel anbietet. Das ist natürlich auch ein bisschen Pokern. Also der Glücksfaktor in dem Spiel, den nehme ich sowieso als relativ hoch wahr. Aber das ist eine interessante Sache, die ganz, ganz schnell vorbereitet ist. Es braucht ja keinen Aufbau. Ihr könnt es jederzeit spielen im Ferienhotel, in der Ferienwohnung, wo auch immer. Am Ende ist es aber genau das, was ich erwartet habe. Restaurante ist ein Party- und Familienspiel, wobei mir dieser Party-Aspekt des ersten Moduls am wenigsten gefallen hat. Die beiden anderen, insbesondere das zweite Modul, das fand ich richtig gut und das spiele ich auch sehr, sehr gerne mit meinen Kindern. Weil die haben einen Heidenspaß daran. Da ist auch ein kleines pädagogisches Element, insbesondere beim zweiten Part. Denn da habt ihr ja immer, ihr erinnert euch an diese Wertungsschilds, wenn ich eben alleine das gemacht habe, dann ist meine Lebensmittelkarte so und so viel Geld wert. Wenn es zwei gemacht haben und so weiter, ihr erinnert euch dran. Und da kann man mit den Kindern wirklich ein bisschen Rechnen üben. Also tatsächlich kann ich dem auch einen pädagogischen Aspekt abgewinnen. So, an der Stelle hoffe ich, dass ich euch das Spiel ausführlich vorstellen konnte. Ihr dürft mir alle Fragen und alle Überlegungen in die Kommentarzeile schreiben. Da freue ich mich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Bin an der Stelle raus. Marcel, euer Haar der Spiele.